Hallo, mein Name ist Walter Steiner. Ich bin in der Netz GmbH im Department Local Offices und Ressource Management tätig. Bei uns sind im Wesentlichen drei Dinge wichtig. Das sind erstens die Kundinnen, zweitens die Kundinnen und drittens die Kundinnen. Im Department kümmert man sich um die Begleitung der Kundinnen und Kunden von der Unterschrift bis zur Inbetriebnahme von Netzanlagen. Wir sorgen dafür, dass unsere Kundinnen im Land Salzburg unsere Produkte zur Verfügung stehen. Das geht vom Stromanschluss über Wasser, Wärme bis hin zum Telekom-Anschluss, wo wir landesweit ein sehr gutes Produkt anbieten können. Manfred Gradl arbeitet bereits seit 35 Jahren im Unternehmen als Netzkundenbetreuer im Flachgau. Ich beginne meinen Tag um 6.30 Uhr im Büro und beginne mit Kundenanfragen und diese arbeite ich dann über den Tag auf, telefoniere Befehl mit den Kunden und meine Hauptaufgabe ist eigentlich die Verbindung der Anlage des Kunden mit der Anlage der Salzburg Netz GmbH. Die häufigsten Anfragen sind mittlerweile Ladestationen, sind es möglich. Genauso Netzanschlüsse für Hausbauer, die sagen, ich brauche einen Netzanschluss, genauso auch BV-Anlagen. Aber auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter innerhalb der Salzburger AG werden von Walter Steiner und seinem Team bestmöglich unterstützt. In den zentralen Einheiten vom Facility Management, Fuhrpark, sorgen wir dafür, dass wir alle, unsere Kolleginnen, bestmöglich im wirklichen Leben unterstützt werden. Also wir stellen die Autos für die gesamte Salzburger AG zur Verfügung und die Büros und die Liegenschaften. Klara Auer ist bereits seit sieben Jahren im Unternehmen und kümmert sich im Bereich Facility Management um die Projektkoordination. Ich unterstütze bei Projekten. Meine Aufgaben sind die Koordination mit Fremdfirmen, Termine, Ausschreibungen und Planungen fortzubereiten und zu koordinieren. Und im Zuge von Umbauten kommt es oft zu Übersiedlungen, die wir bei uns im Team planen und dann durchführen. Großes Projekt aktuell ist der Umbau innerhalb der Salzburger AG. Die Jobs im Department, Local Offices und Ressource Management sind vielfältig. Bei uns kommen wir von allen möglichen Technikerinnen, also alle Spaten, Wasser, Strom, Wärme bis hin zu kaufmännischen Qualitäten und auch natürlich im Netzkundenbereich Vertriebsaktivitäten sind bei uns gefragt. Mein Job macht mir besonders viel Spaß, dass es jeder Tag anders ist. Es kommt jeden Tag was Neues dazu. Wir arbeiten sehr viel im Team, also wir sind alle Teamplayer und dann ist es natürlich schön, wenn man die Ziele gemeinsam erreichen kann. Bei uns im Department ist die Regionalität extrem wichtig. Wir sind in den Geschäftsstellen ganz nah an unseren Kundinnen. Wir brauchen in unserem Team kundinnenfreundliche Mitarbeiterinnen. Wir sind täglich im Kundenkontakt und das ist bei uns der große Fokus. Wenn Sie sich für einen Job in der Salzburg-Netz GmbH interessieren, dann bewerben Sie sich gerne unter www.salzburg-ag.at slash Durchstarterin.